Können wir mal bitte drüber reden, wie geil diese neuen CT-Scanner an Flughäfen sind? OMG! Ich habe das jetzt in Rom erlebt, auf dem Rückflug. Ich glaube, es gibt, ich weiß jetzt nicht, ob die in Düsseldorf das schon gebaut haben im Terminal B oder ob das jetzt noch gebaut wird gerade. Keine Ahnung, wie weit die da sind. Ich glaube, in Frankfurt gibt es da auch schon. Ich weiß nicht, ob am kompletten Flughafen oder nur irgendwie an einem Terminal oder so. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wo es das schon gibt. Also in Rom. Komplett. Es ist so geil. Es ist so geil. Oh, wisst ihr, was ich beim Fliegen immer so stressig finde? Den Security-Check. Und zwar einfach, weil ich meine Handys rausholen muss und meine Digitalkamera rausholen muss. Egal, ob jetzt aus dem Koffer oder aus einem kleinen Rucksack oder so. Es nervt. Und dann halt noch den Flüssigkeitenbeutel. Ich habe den zwar vorne im Koffer drin, also es ist nicht so weit weg.